Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dying Light The Following. Und wir müssen jetzt eine kleine Höhle unterm Baum finden. Die Frage ist nur, wie das klappen soll. Naja, ich werde schon irgendeine Möglichkeit finden. Na, das knarzt aber übel. Ist mir auch nicht ganz geheuer, aber... Damit muss ich wohl leben. Vielleicht hier unten... Oh! Vielleicht hier unten, wollte ich gerade sagen. Und die Höhle ist gefunden. Zombie-Kind... Oh, scheiße. Oh, Gott. Wenn Kinder wirklich so nervig sind, dann lasse ich mir die Eier abschneiden. Lieber zu früh als zu spät. Du verdammtes kleines Mistvieh. Das hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen. Wobei... Spaß muss sein. Auch bei Dying Light. So, äh... Ja, und was soll ich jetzt machen? Ach ja, da ist noch eine Kiste. Uh! Ein Revolver. Überprüfen Sie die Hinweise, die Sie bereits gefunden haben. Na, das ist doch schön. Ja. So, und jetzt auf der anderen Seite mal die Frage, was ist mit diesem Typ, mit dem wir handeln? Oh, wollten. Das ist ja nochmal gerade so gut gegangen. Och, komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Okay. Dann halt so. Woher wissen die eigentlich immer, wo wir sind? Ja, die Cheat-Waffe wieder auspacken. Nein, wie schon gesagt, die ist wirklich so stark. Ich verarsche euch nicht. Die hat über 500 Angriff. Ich weiß nicht, wie ich die Waffe bekommen habe, aber... Naja, der Dida ist auf jeden Fall ein guter gewesen. Ja, so kann man sich das Ganze schon mal leichter oder auch schwerer machen. Es ist immer unterschiedlich. Dieses Mal ist es scheiße gelaufen. Wie war diese Mission eigentlich jetzt nochmal mit Säubern Sie den Bereich? Ey, lass mich hoch! Du blödes Arschloch. Oh Gott, verdammt nochmal. Du willst mich doch partout nicht hier... Okay, doch. Und ich soll mit dir handeln? Ich wäre doch dumm, wenn ich das tun würde. Oder etwa nicht? Ja, klar will ich was kaufen. Vielleicht kannst du auch die Zombies mal ein bisschen verscheuchen. Gebirgspickel. Keine schlechte Angriffsstärke. Söldner und der ganze andere Mist, was ich nicht brauche. Handbrauch. Handsäge. Nee, irgendwie kann ich mich nicht so richtig begeistern dafür. So, also wir haben verbraucht ein bisschen MP-Munition. Ich weiß jetzt nicht wie viel. So, das wäre dann auch gelaufen. Gewehr-Munition. Okay, das kann ich auch alles nachkaufen. Den ganzen anderen Miststahlbolzen ist auch nichts mehr zu holen. Alkohol, Klebeband, Metallteile und ja, das war's dann auch schon. Verkaufen kann ich... Eigentlich, ja, mal gucken. Eigentlich kann ich momentan nicht so viel verticken. Hier, das hast du dann. Und viel Spaß damit. Aber was ist jetzt eigentlich mit unserer Quest, wegen der ich jetzt da hin bin? Säubern sie den Bereich. Ja eben. Ach, das ist ja direkt hier um die Ecke. Leute, ehrlich, man kann die Viecher mit einem Schlag ausschalten, wenn man gut zielt. Warum sind die so eine große Gefahr? Weil die einem auf die Eier gehen. Ich kann's nur tausendmal nochmal neu sagen. Also wirklich, das war jetzt total unnötig. Wenn man einem solche Gegner in den Weg schickt. Dann hat man auch kein Problem, damit klar zu kommen. Das ist dann einfach nur noch traurig. Biesel. Okay. Ah! Ein riesiger Rotzzombie. Na gut, Rotzzombies sind sie ja alle. Aber ihr wisst ja, was ich mein. Der lässt sich doch dann ganz gut eigentlich noch besiegen. Das schaffe ich. Noch ein bisschen. Also dagegen ist der andere ja total schwer. Mal gucken. Na gut, so viel war es jetzt nicht. Belohnung. Guckt doch schon mal besser. Ja, sorry, Autogramme gibt's ja später. Ja, das hätte sich dann auch schon mal erledigt von selbst. Oh, und der Bereich ist gut gesichert. Sie sind jetzt ein Jünger. Ja, toll. Ich melde mich direkt bei Onkel Jesus. Er wird sich freuen. Mal gucken, was wir in der Mülltonne hier... Ja, zum Beispiel Darth Vader, ne? Hat auch seinen Meister betroffen, also den Imperator am Ende. Hat ihn dann einfach da weggeworfen, quasi. Und sorry an jeden, der Star Wars Episode 6 noch nicht gesehen hat, aber eigentlich gibt es, glaube ich, da niemanden. Und falls doch, es tut mir wirklich herzlich leid, aber da seid ihr... Naja, da seid ihr einer von wenigen. So, dann, ähm... Wenn wir die ganzen Teile hier zusammengedingenst haben, dann kann der Spaß auch schon beginnen. So, gebt mir noch eine Sekunde. Das GRE-Paket dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, hier muss es doch irgendwo noch so einen schönen Tank geben. Ach, da ist einer. Jawohl. So, und jetzt wird es eine ganz große, kleine, große, kleine, keine Ahnung, Sprengung geben. Allahu Akbar. Und wenn ich jetzt kein Zombie angelockt habe, dann weiß ich auch nicht. Mal schauen. Okay, der Spruch, äh, der Spruch, genau. Moment, was wird uns hier noch markiert? Gebiet säubern. Also, wir sind noch gar nicht wirklich fertig. Aber was zur Hölle kommt denn jetzt noch? Ja, das ist doch schön. Ist doch dumm, wenn ich sogar mein Gesicht dafür abgeben muss. Uh, Zeremonie-Maske. Sehr schön. Kann man eigentlich noch weiter aufsteigen als das, was wir schon haben? Ich denke mal, ja. Ne, Jünger ist das Höchste. Oh, okay. Aber ich helfe gerne auch weiter, natürlich. Ich meine, EP ohne Ende gibt es natürlich. Und dann kann man auch besser Zombies abschlachten. Von daher bin ich gerne bereit, für euch weiterhin da zu sein. Okay, das ist nur die Tür. Ja, okay, dann mal gucken, was das Badezimmer für uns zu bieten hat. Hier ja nicht so viel. Da oben ist noch was. Ja, scheiß auf das eine GRE-Paket, ganz ehrlich. Ich brauche ja auch nicht jedes. Ach, das war die Tür, was mir da angezeigt wurde. Okay. Dann hat sich das ja schon von selbst erledigt. Ja, aber was ist jetzt gemeint mit säubern sie den Bereich? Also das Teil eingeschaltet? Nee. Ich weiß gar nicht. Wir sollten uns erstmal den ganzen Rotz hier schnappen und dann mal gucken. Ach, wir werden schon eine Möglichkeit finden. Macht euch mal keine Sorgen. Okay, das kann man dann doch aufheben. Hätten wir jetzt gedacht, dass es nicht geht im ersten Moment. Nur so aus reinem Reflex. Hm, wir steigen aber bald auch schon wieder ein ganzes Stück auf. Gebiet säubern. Aber ganz ehrlich, was gibt es denn in dieser Quest hier noch zu machen? Säubern sie den Bereich von dem... Dingens ist hier schon gar nichts mehr zu sehen. Da steht ja immer noch säubern sie den Bereich, aber ich habe das doch schon längst erledigt. Story Quests, die Zusammenkunft. Ich soll weiterhin helfen. Untersuchen sie das seltsame Phänomen. Wo finde ich das denn? Ähm, mal kurz ein bisschen rauszoomen. Das ist ja eigentlich relativ in der Nähe. Wo steht unser Auto? Okay, das lohnt sich schon fast eher zu laufen. Dann tun wir das auch. So, nach der Folge werde ich dann auch erstmal ein paar Medipacks und andere Sachen herstellen. Kann ja auch nicht ewig dauern. Schade, dass wir den Bolzen nicht irgendwie die ganze Zeit durchladen können mit 5 Schuss oder so. Das wäre geil. Nicht immer dieses ewige, ulkige Nachladen. Trotzdem sollten wir auch mal nach Nahkampfwaffen schauen. Also, naja, da wird es langsam ein bisschen spärlich. Muss ich ganz offen zugestehen. So, aber erstmal geht es weiter mit der Story. Die wollen wir ja noch in Fahrt bringen, ne? So, weiter geht es. Okay, sicher ist so eine freigeschaltet. Warum auch immer. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Aber gut. Hm, wo sind wir denn hier angekommen? Hier war ich noch nicht. Ah, ich denke mal, ich muss hier den... Wobei den Typen ausschalten, naja. Boah. Ein Riesenzombie. Du heilige Scheiße. Sieht aus, als hätte der Riese den Wagen demoliert. Und was soll ich jetzt machen? Ja, hallo, ich habe mir das Feld angesehen. Und jetzt? Als ob, im Ernst. Jawohl. Ja, den muss ich scheinbar mit Granaten erledigen. Egal, ich loote. Egal, wie gefährlich es ist. Wahrscheinlich trifft er mich genau bei der letzten Granate. Okay, dann nicht. Glück gehabt. Kann man ja auch mal haben. So, erstmal schönen Molotow. Und danach kommen dann die Granätchen zum Einsatz. Du bist aber schön leicht zu besiegen. Wenn du die ganze Zeit stehen bleibst. Also, man braucht eigentlich nur Granaten, um die Viecher zu erledigen, oder was? Na gut, beweglich sind die nicht wirklich. Vier Stück? Okay, die zwölf Stück, oder was das war, das müsste aber eigentlich auch reichen. Scheinbar nicht. Na toll. Ja, wenigstens den Typen, da kann ich ausschalten. Der hat mir ja nicht so viel entgegenzusetzen gehabt. Aber er hier. Was kann ich denn da machen? Ja, das klingt schon mal schmerzvoll. Okay, irgendwie bringt das mal so gar nichts. Ach, hier ist auch noch was drin. Und das haben sie offensichtlich weggetragen. Was zum Henker ist hier passiert? Hey, bist du da? Seltsames Phänomen ist noch untertrieben. Da stand so ein riesengroßer Rammer im Feld. Er hat mich nicht mehr bemerkt. Und da war auch dieser merkwürdige Dunst, den ihr bei Zeremonien benutzt habt. Oh, das ist eine interessante Entwicklung. Ich kann es dir jetzt nicht erklären. Komm zu Yassir's Farm. Alt, ich glaube, ist bereit. Okay, wenn ihr denkt, dass es das Richtige ist, dann ab zum Auto. Wow. Also momentan ist es dann doch ein bisschen unangenehm. Na gut, ab zum Auto. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt weg ist mittlerweile. Oho. Na, wer will als nächstes? Ist ja gar keiner mehr über. Die machen immer so einen riesen Aufstand. Man denkt, es werden tausende und dann kommen irgendwie nur zwei oder so. Ach. Oh, habe ich dich doch erledigt? Habe ich gar nicht gesehen. Lustig. Aber du musst ja immer so einen Aufstand machen. Na, ist klar. Ich gucke trotzdem mal, wie man das Auto upgraden kann. Also ich bin bereit, etwas zu erfahren. Sagen wir jetzt mal vorsichtig. Na gut, fast 300 Meter. Hm. Ich glaube, der Wurfhaken ist dann doch ein bisschen besser. Ja, den kann man in diesem Scheißmoor nicht einsetzen. Äh, sind das hässliche Bäume? Naja. Zumindest versuchen wir es schon mal. So, die Überlebensstufe wird sich sowieso noch steigern mit der Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ganzen anderen Stufen, also diese Legendenstufe, ziemlich weit nach oben gehen wird. Beziehungsweise, dass man es damit ein bisschen leichter hat, sobald man diese ganze Sache abgeschlossen hat mit der Story. Deswegen will ich das auch als erstes eigentlich durchzocken. Die Sidequests habe ich jetzt auch schon ein bisschen beleuchtet, natürlich. Ich habe mich mit Eiling schon etwas länger befasst, wie man gesehen hat. So, wir sind hier auf jeden Fall auch in dem Bereich einer Mission. Ich weiß jetzt nicht welcher genau. Aber das muss ein anderes Mal wahrscheinlich dann, ähm, herausgefunden werden. Autsch. Hey, da hinten ist ein Flüchter. Und wie schon gesagt, ich soll ihn ja überfahren. Und das werde ich auch tun. Aua. Jetzt versagt nicht genau an diesem Moment, Auto. Mensch, Auto. Na also, es geht doch. Hm, das ging nochmal gut. Na los, ich schnapp dich. Ja. Da bekommt er Angst. Aua. Ja, auf dem offenen Feld hast du keine Chance. Ach, die zwei Idioten. Tschüss. Ja, ich komme später mal vorbei. Wenn ich Lust habe. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, nur noch ein paar Meter. Oh, yeah. Ey, ich hatte dich, du Sau. Rückwärts. Juhu. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn ja doch noch überfahren. Ah. Nein, das erledige ich lieber persönlich. Tschüss. Jetzt haue ich erstmal ab. Na. Wird's denn wohl? Alter, die zerlegen mir noch das Auto. Muss vorsichtig sein. So, die Strecke will ich jetzt aber zumindest noch fahren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nicht rückwärts fahren müssen, um die Viecherplatz zu knallen. Ja. Komme ich durch die Bergstraße? Hm. Nee. Hier gibt's doch keinen Weg für mich. Ich werde mal ganz schnell hier das Teil auflösen. Wow. Ja, das ist nochmal gut gegangen. Ich weiß gar nicht, wievielte Folge wir gerade haben. Ist auch schon wieder so gut hier vorbei. Uah. Und mit mir ist es gleich auch vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schnell bin ich ja noch nie gefahren. Oh, wow, 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 wow. Uah. Ist ja fast so schlimm wie bei Far Cry. Ja, Autofahren aus der Ego-Perspektive ist nicht so angenehm, wie es aussieht. In Spielen. Bei weitem nicht. Also nach einer Zeit gewöhnt man sich dran, natürlich. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall echt eine Sauerei. Uah. Und. Wups. Uah. Uah. Nein, nein. Oh, oh. Das geht nicht gut aus. Ein Glück, ich schaff's nicht mal da hoch. Oh. Wobei. Das ist, glaub ich, dann doch nicht so gut. Es ist kein Grund, sich zu freuen. Ui. Ui. Ich werd mich eh irgendwann festfahren. Und. Hui. Neuer Ort auf der Karte markiert. Ach so, hier ist ein Schattenjägernest. Nein, danke. Da hab ich gerade besseres zu tun. Yo, Leute. Dann, äh, wir sehen uns beim nächsten Part. Mal schauen, was ich noch so schaffe. Und, ähm, haut rein. Dann, bis denn. Tschüss.